Da geht mein Schwinger, hier entsteht Raum raus, ich mach mir Raum zu. Wenn ich da stehe, wie in der Bacchan laufe, hier, dass ich geschlossen bin. Schaut mal, ob meine Fingenspitzen hin zeigen, zu seinem Keh. Was ist die Lösung? Acceleration Alignment, Geometrie und Beschleunigung, explosiv aus dem Sinum Tor. Das heißt, ich muss locker sein, ich muss perfekte Balance haben. Sein Ziel müsste es sein, die perfekte Geometrie aufrechtzuerhalten, durch treu mal zu reagieren. Jetzt kommt es zu wissen. Bis zum nächsten Mal.